Reinfeld Reinfeld In 300 Metern rechts abbiegen Auf B75 Am Borger Chassé 23. In 100 Metern rechts abbiegen Februar 2014 Heute sind wir zu zweit Mit einem Navi noch Reinfeld In 300 Metern links abbiegen Auf Ausflugschlag Jetzt links abbiegen Das ist doch sehr schön Am Tag Reinrichter 20. 20. 21. 22. 23. Da sieht es hoch aus. In 300 Metern den Kreiselverkehr der vierten Ausfahrt verlassen in Bahnhofstraße. Da ist Bahnhof. Vierte Ausfahrt verlassen nach der Bahnhofstraße. Jetzt den Kreiselverkehr der vierten Ausfahrt verlassen. Eins, zwei, drei und vier über Kieselau längs. Das ist auch schon gleich hier. Das ist auf der Kante. Ja, da kommt hier geradeaus. Die Bahnhofstraße noch schön mitzeigen. Ja. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, hier ist Ihr Zwischenziel. Mein Feld. Die Bahnhofstraße noch nicht. Da haben Sie gerade ein Kino hier. Hier ist es. Welch Bahn. In 50 Metern rechts abbiegen. In 300 Metern rechts abbiegen. Ich glaube der erste Teich, der kann ein Teich, wo er zeigt, dass wir anders da wie ... rechts abbiegen, sagt er. Oder rechts gemacht, na ja. Hör da einfach im Kreis hier. Jetzt rechts abbiegen. Wohl auch mit links verstanden oder falsch. Schöne Randtour, eine schöne Stadttour wollte ich sagen. In 200m am Ende der Straße rechts abbiegen, in die Bau von Schönheitsstraße. Rechts. Jetzt rechts abbiegen. Ja, jetzt rechts abbiegen. Ich habe mich nicht aufgepasst oder falsch gefühlt. Hier sind wir schon wieder. Ich muss hier überhaupt rauskommen. In 200m rechts abbiegen, in die Bau von Schönheitsstraße. Dann rechts abbiegen. Ich bin auch super gespannt. In 70m rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Links abbiegen. In 300m rechts abbiegen. Auf neue Lande. In 300m rechts abbiegen. Auf neue Lande. Dann links abbiegen. disinfectiert, bleiben weder rechts auf links nicht verstanden. Postgarten, komm an der Hälfte! 5,3 Kilometer der Strasse vorhanden Läuft in der Hälfte Der Neubau-Gebiet Das ist ganz warm, denke ich, dass das... Läuft in der See Ich meine, das ist auch noch was Einfällt Ja, guck doch noch was Das ist einfach da Was gewann der Hälfte Was ist das? Wann heil? Okay